Mit altmodischem Umhang und Zylinder Er ist ein genialer Verbrecher, der die Polizei mit Gesichtern und Stimmen verwirren kann. Und die sind so zäunlos wie die Sterne. Er ist das Hauptgericht, das wir Detektive voller Entzückung genüsslich verspeisen möchten. Hallöchen. Aber das ist eben alles richtig. Kann ich los, richtig bitte gehen. Fantom-Kid, ich fasse dich, Fantom-Kid. Okay, also dann kann ich das. Du hast recht, es wird Zeit, dass wir das Spiel beenden. Herr Detektiv. Hallo, hier ist der Kabori, alle mal herhören, ich habe Kid gefunden. Er ist der Ruf, ich habe mich. Er sitzt in der Falle, es ist unmöglich zu entkommen. Hey, der Kommissar ist aber wirklich schiefsinnig heute. Oder ist es etwas, sodass ihm irgendjemand hilft? Er ist ein verdammter Bösewicht, den ich einfach nur hinter Gittern sehen will. Gott, Gott! Untertitelung des ZDF, 2020